ok stoppt mir die zeit nie sowas ist langweilig oder weil sie nicht oder sein skin geupdatet wieder machen denkt der könig banyo die frage ist jetzt geht es jetzt geht es los wie machen wir haben im plan weiß nicht also ja vielleicht also dort finden wir auf jeden fall immer nice ja da hast du recht sich haben lavasee gefunden dann komme ich mal zu dir einen haben doch in fünf minuten dort ja das ist wie bin ich daran vorbeigelaufen das muss gleich auch in der nähe von dir sein hier ist ein scheiß heuballen ich könnte so brennst du gerade das ist eine rüste wieder aussieht ich bin übrigens in einem soul sand das ist absolut scheiße hier sind schildkröten wollen wir schildkröten erst mal speedrun schildkröten züchten bin ich eigentlich gelandet ja wie läuft es bei dir eigentlich so ja ich habe jetzt auf jeden fall schon mal gold schuhe und ich hoffe dass ich jetzt gleich gleich ein dörfchen finden dort doch im netter ja schwierig der typ hat er dann aber auch 13 verweise lag vielleicht alles ein bisschen beieinander alter der der piglin hat gerade einen gottlosen bug gehabt und hat dauerhaft einmal pro sekunde gegrunst 50 mal pro sekunde gegrunst habe ein wort forest gefunden ich sehe schon enderman ich habe keinen ich habe keinen stein mehr für irgendwelche items ich habe kein eisen dass ich mir vielleicht wenigstens ein bisschen rüstung machen kann 0 nienten ich habe ein ganz großes problem es nennt sich drei endermänner hinter mir und keiner wollte ins boot steigen unangenehm solche verboten mitbringen mein gott ich habe das ganz so geklatscht weil er irgendwas beworben hat was in deutschland keine rechte hatte also ich habe keine ahnung also ich bringe ein bisschen was zu kuttern mit ab 13 perlen ich glaube das reicht auch erst mal eigentlich rauskomme 13 perlen oder nicht hätten wir blaze rods ja lol ich habe einen neuen lavasee gefunden bist du eigentlich war ja dass du beim beim dorf einen lavasee hat es recht ja da ein neues portal hoffentlich schmeckt und wenn ich selber schild was euch aus eisen machen es klickt haben es klickt das was wir haben die wert das verzeugt du hast das feuerzeug ist heute ich habe nur falls noch ein flieger und den dingen ja ich bin da war nur leicht blind bis jetzt auch noch der 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 herz auch nicht mehr wo laufen eigentlich suchen wir noch wie vor laufen wir jetzt gerade hin was ist das für eine frage ich weiß nicht was mache ich eigentlich was ein blöcker ja ich habe nicht so viel schieb mich runter ich weiß ich wollte eigentlich kann bauen also ich dachte du traust dich nicht zu bauen deswegen habe ich gefragt ob ich blöcke haben kann also irgendwie läuft bei uns nicht so ne also die ersten zehn minuten man wirklich speedrun at excellence aber das hier ist totaler bullshit oder der bastion dass wir finden heute noch eine feste weiß nicht wo brauchst du dich eigentlich gerade hin was soll haben gebaut aber es war ich immer gefunden die nichts an populär opinion dies bei mir auch die nächste westchen was ist das unser sofa kam nach zwei monaten vor wenn du das ist unangenehm oder ich bin tot was hast du denn getan es ist jetzt ja ja spon mal bitte doch gottes ein sind reset also ich meine hier ist ganz viel gold und eisen aber wenn jetzt hier nicht irgendwie in bald um die ecke ist dann sollte das sein möchte ja nichts sagen da aber auch wieder sehr nach einem reset aus den dschungelsporn er was belohnen das bringt uns nichts der rest scheiße ist naja da vorne wäre auch ein lavasee ja so viel zu scheiße ok ok da machen wir halt wo bist du eigentlich ist die wichtigere frage ich bin im dschungel also ich würde ja sagen das ist ein reset aber du sagst ja wir sollen spielen mit dem ich habe ich mich auch nicht vergessen ich bin im crimson forest und ich habe die probleme mich jetzt zurecht zu finden ok ich bin aus dem crimson forest raus und ich habe ein ganz großes problem ich habe mir die koordinaten nicht aufgeschrieben ich weiß nicht also wir schaffen es nicht mal mehr in den nether zu kommen weil wir unfähig sind also natürlich nur banjo nicht deswegen los finden ich bin heute aber auch ein bisschen auf krawala ist es tut mir fast ein bisschen leid ja aber ich weiß nicht ob der worten so die schlauste idee werden nicht betont ich werde nicht dann doch es lief doch gerade so gut es läuft nicht gut ich habe den sinn meines lebens gefunden das freut mich das freut mich dass aktien der sinn eines lebens sind wollen wir schlafen ich habe sieben wolle machen wird aber nur eins was wir zusammen was hast du gerade gemacht möchtest du ein statement absetzen oder wie das sieht gut aus hier ich sehe da eine freifläche und dort gefunden oh mein gott jetzt geht es jetzt was auch jetzt gleich noch ein lavassee neben dorfen die kürbisse neben dorf ja ich habe zwar ich habe zwei kürbisse schon mitgenommen porsche cayman es das war auch sein der essentie kommt ms leute eine sms ich wiederhole ich habe lavasse ich habe lavasse ist aber nur ein halbes brot wert ach diga was ist das denn hier auch mann ach du klar war ganz viel wenn du denkst es geht nicht schlimmer als soul sand valley alter scheiße alter was ist das denn kann hier nicht irgendwo eine festung sein also daran geht nur fünf minuten das könnte ein reset sein aber was ich auch nicht verstehe ist wie ich bin tot wir wollten ja resetten wir wollten doch resetten wir speedrun jetzt ein und dreiviertel stunden und wir kriegen nichts hin nichts nicht das server eike wird auch immer wieder ja ich habe es auch schon gewinnt hier ist eine riesige fläche die frei ist und jetzt darfst du wissen ich wollte ich gar drunter boxen ja wie weiter geflogen bist es war unser weiter also wenn jetzt nicht gleich wird also wird als aussieht das war jetzt ein bisschen frech sieht gut aus danke du auch passt auf das ist hier exklusiver content den ihr sonst nirgendwo anders mehr zu hören bekommt wie cool ist der name bittet cooler namen finde ich klasse doch als euch hat oft gesagt ja mit kirche stark ich bin ich hätte gerne lavasee auch lavasee diese ganzen videos ich glaube die hälfte davon wurde nicht stunden würde ich jetzt sagen dann kann ich eigentlich schlafen oder wie sieht es bei der aus ja und ich nicht umsetzen nein 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 ja nein ja ja nein gotta kratke kannst dich mal in scheidend okay es ist ganz schlechtmente ich bin zum einen bei einer festung aber zum anderen fliege ich in der luft ja das ist durchaus schlecht eine richtig gute idee gehabt gehabt war bin ich klug wenn die blazes mich abschießen dann ist es vorbei ich muss jetzt hier runterfahren mit meinem boot das hat geklappt ich habe mich an der nase gejogt das war unfair ich schwöre wenn wir jetzt wenn wir jetzt ein netter fest und endlich haben und du stirbst geld dann krieg ich ein kollaps mein gott mann ich bin runtergelaufen das war voll für den arsch du musst dir das mal anschauen ich habe keinen bock mehr ich habe auch keinen bock mehr was ist das denn für ein müll ja du läufst doch darauf zu also man hat aber noch mal ab